Habt ihr schon gehört? Zauberer Haul ist wieder da. Sein Schloss wurde auf den Hügeln oberhalb der Stadt gesehen. Miss Hetter, ich höre Sie verkaufen Hüte. Zeigen Sie mal. Was bist du denn für ein Wesen? Ich bin ein Feuer-Dämon. Und was bist du? Dämonen haben keine Vorstellung von Gut und Böse. Aber Menschen können mit ihnen einen Pakt schließen, wenn sie ihnen etwas Wertvolles anbieten. Etwas, das nur Menschen besitzen. Wird Haul mich bleiben lassen? Du siehst, ich vergesse niemals ein Gesicht. Schon gar nicht dann, wenn ich es selbst gemacht habe. Sie müssen wissen, dass Haul mein Mitabstand bester Schüler war. Die liebt mich. Die liebt mich nicht. Die liebt mich. Die liebt mich. Die liebt mich nicht. Die liebt mich. Die liebt mich nicht. Das ist doch nicht die Hexe der Wüste, oder? Sonst hätte ich sie ja wohl kaum reingelassen. Warte! 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 H created, habe ich den Weg gebrompend. Stern inflammation schreiber